Battlefield 3, Teil des Todesjauberungen, los geht's mit Stromski. Hey. Und Janno. So, und jetzt Fresse halten, geht los. Und mit Fabian Siegesmund von GameStar. High Five TV und sonst was. Der aber nicht bei uns im Teamspeak oder im Chat ist. Und der ist einfach da. Genau, der spielt mit hier am Server. Ja. Wir zeigen ihm erstmal, wie man spielt. Was mir aber auch scheißegal ist, da ich im Moment eh alle Scheiße finde. So. Alles Scheiße, alles Mist. Ja. Ich bin etwas genervt, Freunde. Es könnte sein, dass unflätige Begriffe gleich in diesem Let's Play fallen werden. Also, wundert euch nicht, wenn ich, äh, weiß nicht, Schwarze beleidige oder Türken diskriminiere, irgendwas. Es kann alles jetzt passieren. Ich bin hochgradig genervt. Zurecht. Ja, zurecht. Du beleidigst hier jetzt nicht zurecht, aber du bist zurecht ungehalten. Ja. Aber das würde jetzt, das auszuführen, warum ich ungehalten bin, würde jetzt zu lange dauern. Deswegen lass ich's einfach sein und nehme die Dinge so hin, wie sie kommen. Ah! Wo wir beim Thema sind, da hat mich jemand weggeschossen, weggestoßen. Da hab ich, da hab ich gesehen, ein dicker Panzer hat dich weggestoßen. Ja, da sind wir noch beim Thema. Wieso? Ja, deswegen bist du ungehalten. Ne, deswegen bin ich ja nicht direkt ungehalten. Ich bin einfach ungehalten, weil die meisten sich über jeden Scheiß beschweren müssen und andere damit in Mitleidenschaft ziehen. Deswegen bin ich im Moment derzeitig sehr ungehalten. Weil irgendwelche Schwanzlutscher meinen, die können die Fresse einfach nicht halten. So, übrigens eine Karte aus Armored Kill. Für die, die es nicht wissen und die es vielleicht wissen wollen, aber es nicht verdient haben, das zu wissen. Trotzdem sag ich's. So, was ist hier? Du bist mal so lieb zu deinen Zuschauern. Ach, im Moment ist mir alles so egal. Ich bin einfach nur genervt. Da kriegt jetzt einfach jeder sein Fett weg. Und liebe Zuschauer, ich hab euch lieb. Denkt euch nichts dabei. Er mag euch einfach nur nicht. Doch, doch, ich liebe euch. Abgöttisch. Mann, das ist echt kacke hier ohne Fahrzeug. Direkt vor dir ist einer. Direkt vor dir ist einer rechts von dir. Rechts von mir? Oh, da guckste. Ich hab uns zumindest getroffen. Ja, ich auch, aber... Ah, jetzt. Ah, natürlich wie der Panzer, der mich abschießt. Ja, ja, mich hat auch irgendwas erwischt. Wer war der Pisser, der mich hier... Den, den du gesehen hattest, glaube ich. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich Panzer hasse? Ja, mehrfach. Dachte ich jetzt noch nicht erwähnt. So, ich bin mal bei A, wo jetzt wahrscheinlich eine ganze Armada an Panzern steht. Naja, zumindest einer. Ich bin bei I. Schau mal, was hier so geht. Ich bin bei A und da kann ich, denke ich mal, nicht so viel reißen. Nee, kann ich nicht. Ein Schuss und zack, ist er weg. Also, ich bin weg, wollte ich damit sagen. Einen Schuss, wovon? Ja, von einem Panzer, natürlich. Von was denn sonst? Weiß ich nicht. Wird auch ein Sniper sein können. Nee, hier sind, glaube ich, Sniper recht rar, aber dafür Panzer, Angru. Weißt du was? Das, was ich ja am liebsten heute mache, mache ich jetzt auch gleich. Quadfahren. Richtig! Und da schmeiße ich tatsächlich meinen Controller für an. Soll ich mit hinten draufsteigen? Wo bist du? Ich bin hier. Komm her. Kommst du mir? Wieso? Wieso geht denn das nicht? Ach so. Ah, da steht einer auf uns. Oh, Mama. So, ich bin mal weg eben. Ich fahre jetzt zu... Pass auf, da ist einer mit der Panzerhaus hinter mir. Ja, doll. Soll's doch. Ich steig ein. Bei C sind auch kein Gegner. Ja, ich bin bei... Bei B. Aussteigen. Bin ich schon. Sehr gut. So, da ist B mit einem Panzerwrack am Eingang und jetzt wird B eingenommen. Koste es, was es wolle. Und das wird wahrscheinlich mein Leben sein, wie ich mich kenne. Wirklich? Ach, scheiße. Da bin ich natürlich falsch gelaufen. Ich homo. Ja, ich habe mich homo genannt. So. Was heißt nicht schwingend, was für werflich ist das? Nö, nö. Nicht zwingend. Oh, hier schießt entweder ein freundlicher Panzer oder ein nicht so freundlicher Panzer. Bin bei dir. So, das wäre erledigt. Das ist ein nicht so freundlicher Panzer. Ne, es ist ein freundlicher Panzer. Ist das eigentlich ein Hardcore-Server? Ne. Ne, gut. So, willst du wieder aufsteigen? Ne, ich bin jetzt gerade am Panzer mit drin. Okay, dann werde ich jetzt zu C durchfahren. So, über Stopp und Stein, das muss sein. Und ab durch die Mitte, hier durch den Zaun. Hallo. Zum Mittel, zurück Tiddle, zum Sack, zack, zack. Oh, ich hatte einen Quad irgendwie mal mit da vorne geholt. Das war wohl meins. Kann jetzt den Panzer nicht mehr rein? Vielleicht ist er belegt. Wahrscheinlich. Sind ja drei Panzer und ist auch ein bisschen unnötig. Da setze ich mich in den Quad rein. Ich setze mich auch in eins. Obwohl, jetzt hat mir schon einer das Quad geklaut. Denn warte mal. Bin da, bin da. So, und fahr ordentlich. Ich vor. Oh mein Gott. Aber auch sehr schönes Bild hier von hinten. Das wäre schöner gewesen, hätte ich nicht gerade in die Punkteliste geguckt. Okay. Aber schönes Feuerwerk da oben. So, ich steig mal aus. Ich auch. Ich bin doch top gefahren. Ja. Ich finde, ich hätte das Rennen gewinnen sollen. Nicht zu beanstanden. Erwähne es nicht. Erwähne bitte nicht das Rennen. Du bist immer in die zweite Runde gekommen. Bei mir hat das so rumgeleckt und gebackt, dass ich überhaupt nicht gewinnen konnte. Ich wäre ins Finale gekommen. Halbfinale, oder? Nein. Finale. Das wäre schon ins Finale gewesen. Ja. Das ist ärgerlich. Aber nein, irgendwelche schwanzlutschenden Arschficker mussten sich ja beschweren. Oh, da lag eine Mine auf der Strecke. Oh, die Leute da nicht hin. Wenn du da reingefahren wärst in die Mine, hättest du dich auch beschwert. Ja, ich habe die Augen offen gehalten. Ich bin den Minen ausgewichen. Ich bin nicht reingefahren. Wie geil. Hier war ein Helikopter, der wollte gerade landen, um sich zu reparieren. Ich habe ihn richtig schön abgeschossen aus einer richtig großen Entfernung. Das war cool. Da ist er. Ich habe leider keinen Gegner geführt. Ich bin schon mal schon ausgestiegen, nur wieder schnell. Oh, ich habe gerade der Tor des Monats angeschossen. Na, das ist doch nett. So, Straßenmeisterei. Ich bin jetzt bei F und versuche zumindest F einzunehmen, aber da ist ein Panzer. Das war mal geil, bitte. Da ist gerade ein Panzer über mich drüber gefahren, aber da ist ein Millimeter über mich drüber geflogen. Oh, das ist nett. Das sieht bestimmt lustig aus. Das sah richtig geil aus. Also selten so etwas Geiles gesehen, glaube ich. Oh, hier ist ein Panzer direkt neben mir. Das ist ganz, ganz schlecht. Ich habe den Loot tot gemessen. Fuck. Wurde mit dem Werkzeug gedötet. So, wo ist der Panzer hin? Ich bin bei dir. 3, 1, überlebt mal eine Sekunde, bitte. Ja, ja. Ich bin da. Oh, da sind noch mehrere, geht man. No, fuck you. Panzer, sau. Oh shit, da steht doch auf mich. Da steht doch auf mich. Nein. Ah, Mist. Oh, wir können wo? Welche Map sollen wir mal nehmen? Ich weiß gar nicht, wie ich den... War da, wüste, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie ich den... Ja, wie mache ich denn den Chat an? Tee. Nee, sonst war es bei mir. Ich weiß nicht, wo es bei dir ist. Das ist ja alles immer anders. Könnte aber sein, dass es klappt. Ach, ich habe ja Minen ausgerüstet. Ja, denn wieso lege ich die denn nicht mal? Ich habe nur nicht einen mit der Minen getrittet heute. Kein Glück. Wo ich es eigentlich gut gelegt habe, finde ich. So, habe ich überhaupt schon einen getötet? Nö, nicht einen einzigen habe ich bisher getötet. Aber ich bin auf dem zweiten Platz im Team. Und ich? Du bist auf dem dritten. Bist vor mir? Ja. Das ist auch mal was Neues. Das ist, was soll das denn heißen? Meistens bin ich hier vorne. Aber ja, stimmt schon. Das ist gar nicht böse gemeint. Oh, hier ist ein Panzer. Schadam, das ist, kommt aber... Bei 10, ne? Ja. Ah, ich wurde von hinten genommen. Ich auch. Hier, Ficka, Ficka. Snowkiller, ja natürlich. Mit Schnee habe ich es ja jetzt. Ey, ihr Fuhrenböcke. Fuhrenböcke? Ja, ja. Was sind denn Fuhrenböcke? Hurenböcke. Achso. Könnt ihr den ganzen Tag pulpsen, ne? Das weiß ich. Das wird nicht besser. Sagen wir mal so. Denn trinkt nicht so viel. So, ich laufe jetzt wieder zu C. Das muss doch einzunehmen sein. Ach, du bist ja... Ne, das bist du gar nicht. Ich dachte, das wärst du bei C. Ne. Ich bin bei A. Das ist aber auch ein Wüstes hin und her hier mit den Stationspunkten. Mhm. Aber die beste Szene war echt eben. Das war so genial mit dem Panzer, wie der über mich drüber gefahren ist. Wirklich, der war direkt über mir. Ich stelle mir vor, wie man sich unter so'n... äh, unter'n Zug quasi mehr oder weniger legt. Ja. So, fahr mal hier rüber, Panzer, du Arschloch. Du wirst dich wundern. So. Ah, mit einem Gunship. Alles vermint. Jetzt sollen sie mal kommen. Jetzt sollen sie mal kommen, Freunde. Verschwinden die Minen irgendwann von selber eigentlich? Ja. Also erstmal, wenn du irgendwann zu viele gelegt hast. Aber auch... Ich meine auch irgendwann so. Aber nicht, wenn du stirbst. Hm, nicht direkt, ne. Wie, nicht direkt? Erwider die Aula, nein. Kann sein, dass die irgendwann drei, viermal sterben und verschwinden. Das weiß ich nicht. Aber sie verschwinden auf jeden Fall nicht, nachdem du direkt, direkt nachdem du gestorben bist. Ja, das ist gut. Ich schon wieder, du. Ich schon wieder von, schon wieder vom Jet. Wie immer. Ne, hier lebe ich noch im Moment. Aber das ist, denke ich mal, nur noch eine Frage von Sekunden, bis ich das Zeitliche segne. Ah, den hast du erwischt, hm? Mhm. Den hast du erwischt. Comeback 40, also bin ich viermal miteinander gestorben. Ah, ah. Das wird so mit Punkten gezählt? Ja. Ah, das wusste ich zum Beispiel. Halt, halt. Halt. Oh, fahr, 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 fahr doch, oh Gott, fahr doch. Gott, deswegen. Aussteigen. Aussteigen, tot. Echt? Ja. Wir haben noch gebrannt, war ein bisschen nicht ausgestiegen. Ich, äh, wollte gerade aussteigen, aber ich wurde von dem Gunship erschossen. Ja, ich auch. Ich saß noch hinten drauf. Von Todesmonats. Ach, schon wieder. Ja, das ist jetzt ein Gunship. Oh, Mann, Alter. Ja, Schwede. Halt. Hopp. Was schießen hier auf uns? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß gerade gar nicht, was hier... Oh, ist ein Panzer. Phase. Phase ist... Ja, Ficka, Ficka, ey. Vom Panzer wieder gezählt. Ja, natürlich, ist das Haus auch zusammengestürzt. Ja, ja. Von dem wurde ich, glaube ich, auch erwischt dadurch. Sind meine Minen noch da? Wenn ich mal wüsste, ob meine Minen noch da sind. Das liegt einfach neu. Ach, das hier ist ein Dover. So, fahr. So, hoffentlich fährst du vernünftig, Quad. Wenn nicht, dann schieße ich dir höchstpersönlich deinen Arsch weg. Wenn ich's könnte. Aber hier darf ich ja leider keine Teammitglieder zusammenschießen. Nee. Auch mit Server gestern ging das. Ja. Aber da fand ich meine Mitspieler doof. Kommt auch mal vor. Ja. Ja. Mal öfter, mal weniger. Ja, mal mehr, mal weniger, manche natürlich. Ich spiel doch lieber mit Leuten, die ich auch in irgendeiner Art und Weise leiden kann. Es ist ein angenehmeres Spielen, Recep. Ja. Weißt du, darum spiel ich auch so gerne mit dir. Oh. Wie süß. Ja, ich weiß. Hat er wieder Gegensatz erschossen. Mist. Du Arschloch. Bist mir entkommen. So, jetzt nicht nochmal. Hehehe. Hehehe. Achso, was ich sagen wollte, ist ein Spiecher so gerne gegen dich. Hehehe. Hehehe. So, wie sieht's denn? Ach, wir führen ja so mal gar nicht. Lustig. Aber es ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied. Kommt, ein Panzer gefahren. Bist du noch aufholbar? Ne, ich hab's schon gesehen. Den von hinten holen. Oh Mist, ich hab keine Minen mehr. Ich bin hinter ihm. Ich könnte ihn so schnell weg holen. Wenn ich eine Minen hätte. Oh, ist er fast über mich drüber gefahren. Ups. Und er weiß, wo ich bin. Das ist schlecht. Ich weiß, wo er ist. Da hast du. Und schieß natürlich daneben. Ja, sehr schlimm. Verdammt. Da hat's mich auch gleich weggebraten. Ihr blöden Ficker. Ich hab ihn nicht getroffen. Mist. Ich glaub, ich hätt ihn sonst gehabt. Jetzt bin ich erster im Team. Echt? Und ich? Zweiter. Wir haben uns vorgearbeitet. Ja, schon. Ich bin in meine Minen. Da, ich hab ihn. Haha. Sehr, sehr schön. Ich hab ja auch irgendwo welche gelegt, aber bei mir passiert natürlich nichts. Ne, ich hab ihn mit dem Small abgeschossen. Mit dem was? Äh, SM-AV. Achso. Raketenwerfer auf Deutsch. Zu Deutsch. Gut, wo kommt der nächste Panzer? Wo? Ach da. Ich guck zu selten auf die Karte. So, aber den werde ich mal, schätze ich mal... Oh, doch. Da hat mich schon gesehen, der Kacksack. Oh, ich schieß direkt daneben. Ich bin so dumm. Oh ja, uns hat genau ins Gesicht geschossen. Ey. Hatsache, ich kampfunfähig. Steig aus. Ah, Mist. Omo. Richtig. Aber hab ich auch gesagt. Ach, das kannst du ruhig sagen. Das stört keinen. Ey, mein Sehner, Scherz. Bist schon, ja. Nein, fuck. Das ist gar nicht mein Joystick, den ich hier reingesteckt hab. So eine Scheiße. Was hab ich denn hier reingesteckt? Ach, dann fickt euch doch. Fickt euch allesamt. Ach, nee, dann muss ich... was du da reingesteckt hast. Den fliege ich jetzt mit Maus und Tastatur. Scheiße. Na, na, dat kann ja heiter werden. Der Tor des Monats hat mich gekillt. Komm mal zu E. Ja, mach das doch mal. So, und zack, ja. Das ist ganz super. Ihr seid alles blöde Ficker, ey. Wieso ist denn der... Ich hab doch meinen Joystick reingesteckt. Wieso hat denn das nicht... Ja, der steckt drin und funktioniert nicht. Ah, vom Heli abgeschossen. Ich hasse euch. Oh, jetzt hast du aber übersteuert. Mir leid. So, wo geh ich denn jetzt rein? D. D komm ich auch nicht. Ja, Freunde, wundert euch nicht. Meine Flugkünste waren gerade so erbärmlich, weil mit Maus und Tastatur zu fliegen, das ist, weiß ich auch nicht, scheiße. Das ist einfach scheiße. So, und jetzt wurde ich von hinten erschossen, weil die von hinten... Weil die es ja nur von hinten können. Das sind verschissene Hinterlader. Ach ja, wieso nicht? Springe ich einfach mal aus dem verschissenen Dropship raus und fliegen wir ein bisschen. Oh, ist es bei uns? Ja. Ausnahmsweise ist es uns, aber ich schätze mal, ich werde es nicht lange auf den Beinen halten. Ich habe den Tor des Monats erlegt. Jo. Das freut mich. War mit dabei. Hab ich einen Panzer aus von uns. Gott sei Dank, ich dachte schon, das ist ein böser Panzer. So. Willst du uns einen Squatsch schnappen? Ja. Wo bin ich hin? Ah, scheiße. Willst du da rein? Ich bin schon drin. Du fährst die draußen, wenn ich, oder was? Doch, ich trau dir voll und ganz. Du bist doch vorhin schon so gut gefahren. Und das war jetzt nicht ironisch gemeint. Das meinte ich ernst. Ja gut. Da ich ja weiß, dass ich gut gefahren bin, war ich das nicht ironisch. Ach, bist schon da? Dann steige ich mal jetzt aus. Das verlieren wir wahrscheinlich, würde ich mal behaupten. Ja, sehr wahrscheinlich. Ich hoffe. Ich hoffe. Ah, toll. Du bist gestorben. Ja. Warum? Weil du mich allein gelassen hast. Ich bin noch hier. Ja, aber... Wo ist denn hier ein Gegner? Kannst du mir das verraten? Nee. Ich stehe schon gar nicht so an. Ich stehe jetzt. Bin wieder bei dir. Das ist gut. Lebst du noch? Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Links von dir, links von dir. Na, hinter mir jetzt. Ey, Ficke, 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 Ficke. Ach man, ihr habt doch alle Bananen geraucht, ey. Ich nicht. Oh, ich bin im Heli. Nein. Nein, das ist so ein kleiner. Und wo fliegt der hin? Dann steige ich mal hier in den Panzer und gehe aus dem Panzer raus. Scheiße. Fliegt nur hin. Ja, das frage ich mich auch oft. Nein. So, wo bist du Arschloch? Du sitzt in der Falle, das will ich dir auch geraten haben. So, wo gehe ich denn jetzt hin? Ich habe jetzt gerade irgendwie mal wieder die Orientierung verloren. Oh, Panzerchen. Ach du liebes Panzerchen, Panzerchen, Panzerchen. Ach du liebes Panzerchen, Fick dich doch. Fick dich doch. So, hier ist jetzt ein Panzer und der will mir ans Leder. Habe ihn kampfunfähig gemacht, jetzt sollen sie mal sehen. Ja, ja, natürlich. Ist ausgestiegen und ich war gerade am Waffen wechseln und zack, weg. Ey, ihr seid so eine Arschstricher. Bist du noch da? Ja, ich bin bei B. Ah, okay. Da gehe ich denn auch hin. So. Ach, von hinten. Ach, auch noch das Tor des Monats. Mist. Ah, ich habe eben den Schatten für den Gegner gehalten. Komm, das Tor des Monats kriege ich jetzt. Wo ist er denn? Hier, irgendwie von der Lage. Oh, ich hänge fest. Ah, jetzt hat er mich auch erwischt. Wo ist er genau? Weißt du was? Immer noch da, wo er vorher auch war. Mars hat mich schon wieder gekriegt. Das gibt es doch nicht. 11% oder noch. Hm. Du ein Mist. Ist er noch bei B? Alter, wieso lebt denn der noch? Oh Mist, wäre ich mal nicht bei dir rausgekommen. Oh, fuck. Oh, fuck. Fuck, ich kriege zu viel. Jetzt Phase. Ach, alles gut. Immerhin habe ich schon zwei Kills. Yippie, hey, hey. Meine Backe. Ne, den Panzer will ich nicht. Wollen wir vom Panzer erwischt. Der ist doch doof geflogen, der Typ im Heli. Ja, gerade allgemeine Stille. Keiner weiß was zu sagen. Ja, irgendwie gerade Konzentration, da wir gleich verloren haben. Das ist ja alles scheiße. Es ist alles nur ein ganz großer Haufen Dumm. Sonst nichts. Und ich schließe noch direkt daneben. Ja, du sitzt am Panzer, ich sehe es. War gerade zu A. Nicht mehr lange. Ich steige mal aus, aus dem Panzer. Ja, so viel auch wieder zu meinen Panzerfahrkünsten. Selbst das haut nicht hin. So, jetzt bin ich hier einmal im Kreis gelaufen und ich werde wüst beschossen. Ja, ich sehe dich. Hier ist auch alles voller Panzer und sowas. Ja, ja, weiß ich. Habe ich schon gesehen. Aber du bist ja auch mittendrin. Ja, und dann schießt er auch auf mich. Das ist aber auch am Längen hier zum Teil. Was habe ich noch? Oh, nö, das Problem habe ich gerade wirklich nicht. Da waren wir gerade total. Fünf Prozent oder noch. Jetzt nicht mehr. Mhm. Gleich ausgenutzt. So, nochmal den Tor des Monats erlegt. Schön. Habe es gesehen. Oh Gott. Oh Gott. Ich dachte, du wärst ein Gegner. Mhm. Musste ich enttäuschen. Das enttäuscht mich definitiv nicht. Aber mir ist das im Grunde scheißegal, wen ich umlege. Hauptsache, ich lege überhaupt irgendwen mal um. So ein Kill ist für mich hier schon wie Weihnachten im Grunde. Aber das ist bei jedem Shooter so. Jeder Kill macht mich unbeschreiblich glücklich. Jeder Tod unglaublich traurig. Jeder Tod ist bei mir Standard. Das ist schon fast Alltag. Also unglaublich traurig macht mir das nicht. Es macht mich wütend. Es erzürnt mich. Oh Mann. Jetzt hat mich dieser scheiß Siegesmund Donner erwischt. Nein, ich finde, Fabian Siegesmund finde ich lustig. Finde ich gut. Mhm. Ich auch. Ich habe nur einen gemessert. Und der Dodaka kennt den ja. Ja, von der Gamescom. Richtig. Einmal kurz gesehen. Ah, es ist auch schon wieder vorbei. Ja, wie lange hat es gedauert? Halbe Stunde knapp. Halbe Stunde, denn ist jetzt die Aufnahme beendet. Genau. Aber erstmal lasse ich noch die Statistiken durchlaufen. Das hatten wir noch nie. Wir beide auf den ersten zwei Plätzen in unserem Team. Nee. Das ist echt mal neu. Und mit nur drei oder vier Kills. Da sieht man mal, wir haben ganz schön Arbeit geleistet. Guck mal, ich bin 20 Mal gestorben. Es war meiner sein Gestippte öfter als ich in der Wunde. Aber trotzdem bist du der Zweite. Bist the man quasi. Oh Mann. So Freunde, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Mit eventuell besserer Laune, vielleicht aber auch nicht. Also dann. Bis dann. Tschüss. Ich bin 20 Mal gestorben. Bis dann. Das ist ein Smartphone. Vielen Dank.